Die Total War Serie bekommt einen Touch-Ableger für iPhone und für iPad, eine Version für zwei Geräte, ja so kann man das glaube ich sagen, von Creative Assembly, ein eigenständiges Team hat sich dafür verantwortlich gezeigt, Sega steht als Publisher dahinter, ziemlich umfangreich, 27 Missionen soll irgendwie für 10 Stunden Spielspaß, wie man so schön sagt, reichen, ziemlich viele Nebenmissionen, es lassen sich Erfahrungspunkte in den Missionen sammeln und dann Häuser und Einheiten aufrüsten, das Ganze bleibt natürlich Real-Time-Strategy, ihr verteilt eure Truppen auf diesem Grid und schickt sie dann in den Kampf. Das Spielprinzip ist so ein bisschen gestreamlined, zusammengestaucht, erinnert so ein bisschen an Plants vs. Zombies, würde man wahrscheinlich sagen. Multiplayer ist vorhanden, am iPad viel viel besser zu spielen als auf dem iPhone, die Versionen unterscheiden sich allerdings nicht. Man spielt an einem Gerät dann und setzt seine Truppen aufs Feld und schickt sie in den Kampf. Ist sehr, sehr taktisch, wenn ihr Truppen losschickt, kommt es wirklich darauf an, wen die angreifen, wie die sich formieren, welche Wege die nehmen. Es sieht ziemlich einfach aus, aber beinhaltet dann doch einen sehr großen strategischen Anteil. Was ich nicht mag, ist, wie die Häuser zu setzen sind, es ist teilweise echt nicht klar, wo die angrenzen dürfen, wie die gedreht werden müssen. Was ich dagegen wirklich mag, ist, die Grafik sieht sehr, sehr fein aus, gerade wenn man am iPad 3 spielt. Wettereffekte sind toll, extrem umfangreich, fairer Deal für beide Geräte. Total War Battles Shagoon.